seacrauds Moin Moin Seacrauds Freunde, willkommen zurück auf dem Seacrauds Kanal, dem Infotainment Portal rund um World of Warships und heute haben wir wieder diverse Themen für euch, ihr seht es schon an der Seite und wir fangen direkt oben an mit dem CV Hotfix, der im Anflug ist, wir haben einen längeren Artikel vor ein paar Minuten auf unserer Seite veröffentlicht ich habe quasi drauf gewartet, um dann auch die Flaschenpost damit zu bepacken und ihr könnt hier aus erster Hand erfahren, was jetzt erstmal geplant ist also, rettern wir erstmal hier um, sodass ihr auch seht, worum es geht, nämlich erstmal nur den CV Hotfix also, es soll in ein Hotfix kommen und zwar relativ zeitnah, ohne, ja, jetzt, dass ein großes, riesengroßes Update abgewartet wird also quasi dann Ende Februar oder so, sondern es soll wirklich jetzt innerhalb von wenigen Tagen schon soweit sein und zwar muss dringend etwas geändert werden, gerade in der höheren Tierstufe und gerade beim japanischen T10-Träger, der Kurio, die eine übermäßige Effizienz an den Tag legt wir haben ja auch bei uns im Discord das ein oder andere Video gepostet, wo diese Sache zu sehen ist quasi die Flying Shimakase und wie sie so genannt wird I-Case hatte da auch ein Video zu gezeigt und, ja, die Problematik herausgestellt und das ist wirklich schon erschreckend, ja, und das macht dann auch keinen Spaß und deswegen muss diese Sache hier ganz schnell geändert werden und zwar die Effizienz der japanischen Torpedobomber und die, ja, Anzahl der Überschwemmungen sowie ein Streuungsmalus, der einfach verstärkt werden muss, wenn man mit den Bombern manövriert Dann gab es, gibt es ein Problem und zwar das F-Spam-Problem nennen die das hier man fliegt quasi mit einer Staffel zu einer auch größeren Ansammlung von Schiffen hin wirft mit der ersten Staffel nur die Torpedos ab als Beispiel oder sogar von weiter weg und fliegt dann nochmal näher ran und wirft nochmal eine Salve Torpedos ab und drückt dann einfach F und die Flugzeuge verschwinden sozusagen in eine größere Flughöhe und sind damit für die Flagge der Schiffe nicht mehr erreichbar und so konnte man nahezu ohne Verlust von eigenen Flugzeugen, ja, die feindlichen Schiffe angreifen und das soll in Zukunft auch ein bisschen, ja, deutlich verändert werden Dann Flagbalancing, wo jetzt so ein bisschen diese ganze Sache zurückgerudert wird, ne Also Flaggexplosionen sehen ja cool aus und die haben auch eine tolle Atmosphäre und so weiter aber es ist eben möglich, diese Geschichte komplett zu vermeiden sie werden auch nicht komplett abgeschafft, aber ein Teil des Schadens der Flaggexplosion wird jetzt in Sektoren als Standard-DPS pro Sekunde quasi umgesetzt sodass Flugzeuge, die euch anfliegen, definitiv mehr Schaden erhalten Das ist auch schon mal eine sehr interessante Nachricht und so kann ich auch, wenn ich jetzt als Trägerpilot zum Beispiel unterwegs bin einfach nicht mehr links und rechts an den Rauchwolken vorbeifliegen muss ich immer noch, weil es immer noch sehr wichtig ist aber der Flächenschaden ist einfach ein größerer So, dann soll ein Ausgleich zwischen Angriffsflugzeugen und Zerstörern sozusagen entstehen und da weist Wargaming nochmal auf die Aktivierung, die manuelle Aktivierung der Flagg hin Es ist ein Fehler für DDS, Flagg pauschal aktiviert zu lassen weil Flagg früher anfängt zu schießen, als meistens die DDS aufgehen und in dem Fall kann ich mich als Trägerpilot perfekt darauf einrichten wo denn der gegnerische DD ist Wenn man aber als DD wartet, bis man wirklich entdeckt wird und dann erst P drückt ist der Überraschungseffekt viel größer und der erste Anflug geht schon mal daneben In der Regel, weil man so schnell gar nicht seine eigenen Raketen und so weiter scharf schalten kann wenn man dann jetzt zum Beispiel mit Raketenflugzeug unterwegs ist Dazu würde ein zusätzlicher Balancing der Premium-Träger und des Premium-Trägers der britischen Royal Navy geben der jetzt noch nicht veröffentlicht ist Außerdem wird eine Unzulänglichkeit, eine Inkonsistenz zwischen Des Moines und Salem im Nah- und Mittelbereichs-Flagg-Bereich durchgeführt werden Dann gibt es einen weiteren Punkt und zwar Verbesserungen bis zum Update 081 also quasi Ende Februar Da soll die Benutzeroberfläche für Flugzeugreserven, für Flagg-Sektoren verändert werden Dann gibt es ein zusätzlicher Balancing für Panzerung und Fähigkeiten sowie Upgrades also Verbesserung von Schiffen Jetzt sind ja die statistischen Daten da und damit kann man sie ja besser auswerten Außerdem soll die Minimap aufgeräumt werden und natürlich die Entwicklung abgeschlossen werden für CV-Botkämpfe sodass man auch wirklich mit einem Träger nochmal in Botkämpfen üben kann im Koop üben kann oder dann halt auch geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen kann und diese üben kann im Koop kämpfen Dann gibt es natürlich immer noch offene Fragen und da geht es halt allgemein darum, wo man sich gerade Gedanken macht da ist aber keine spezifische Aktualisierung geplant also jetzt kein spezieller Termin sondern es geht einfach nur um die Menge und Qualität des CV-Spottings wo man sich aktuell gerade Gedanken drum macht dann auch um den Matchmaker, wo man sich Gedanken drum macht nämlich die ideale Grenze ist eigentlich ein CV pro Team Das muss ich auch selber als CV-Pilot sagen fände ich angenehmer und dann hat man, ja, soll es nur ganz wenige Fälle von zwei CVs in einem Spiel geben und auf T10-Stufen eigentlich optimalerweise immer ein CV dabei sein Im Moment ist es sogar so, dass es teilweise bis zu drei CVs in einem Match gibt Das ist ja unglaublich Ja, auf jeden Fall sind das so die ersten Änderungen, die sie jetzt durchziehen Punkt 1 ist ja das, was jetzt unmittelbar passieren wird Dann gibt es Punkt 2, was bis zum nächsten Patch passieren wird also mit dem nächsten Patch dann passiert und Punkt 3, das sind so Sachen, da macht man sich jetzt gerade Gedanken drüber Mal schauen, wie jetzt Punkt 1, wenn dann der Hotfix kommt ich denke mal, das wird relativ zeitnah passieren dann, ja, einschlägt Gut, das ist das, was man zu dem Hotfix für den CV jetzt sagen kann Der nächste Punkt ist dann Kapitäne, 100% Rabatt Und da gehen wir nochmal kurz drauf ein Ich scroll hier hoch Macht das Beste draus, heißt es hier Ja, wenn der Hotfix da ist, lohnt sich das nochmal doppelt Aber, es wird ja hauptsächlich schwieriger für die Träger Das heißt, wenn ihr euch jetzt schon gut ausrichtet und eine spürbare Verbesserung merkt Dann kann das auch in der Zukunft nochmal der Effekt verdoppelt werden Ihr habt nämlich aktuell im Spiel 100% Rabatt auf die Neuverteilung von Kapitänsfähigkeiten Das hatten wir euch im Freitag in der Flaschenpost schon gesagt Und jetzt kommt es noch, was wir euch im Freitag noch nicht erzählt haben Ist nämlich, dass die Umschulung der Kapitäne Also von einem Schiff auf ein anderes Schiff Zum Beispiel von Schlagschiff auf Schlagschiff Von Schlagschiff auf Kreuzer oder Zerstörer Oder eben einen anderen Träger oder wie auch immer Aktuell auch kostenlos ist Das heißt, ihr könnt eure Forschungsschiffe Die Kapitäne von Schiffen einfach so hin und her ziehen Als wären sie Prämienschiffe Und der nächste Punkt ist dann noch Der Ausbau von Verbesserungen Also wenn ihr von einem Schiff Verbesserungen entfernt Kostet das sonst immer 25 Dublonen Aktuell bis zum 8. Februar 6 Uhr kostet das nichts Es ist kostenfrei Diese ganze Geschichte ist auch mehrfach wiederholbar Also es ist einfach immer kostenlos bis zum 8. Februar Und dann gibt es diese Aktion nochmal Wenn euch jetzt vielleicht nicht die Zeit gereicht hat Mit Patch 0.8.2 Der dann wahrscheinlich gegen Ende März Auf den Live-Server aufgespielt wird Wird es nochmal eine Phase geben Wo diese ganze Geschichte hier kostenlos sein wird Ob die Umschulung kostenlos sein wird Weiß ich nicht Weil hier nur steht Kapitänsfertigkeiten und Verbesserungen Sind kostenlos zurückzusetzen und auszubauen Ob dann hier die Umschulung der Kapitäne Auch mit beinhaltet ist Weiß man nicht Wenn ihr an euren Builds basteln wollt Und das nicht immer gleich im Spiel Sondern erstmal gucken wollt Gehen die Punkte überhaupt auf Oder wie auch immer Habt ihr die Möglichkeit Drückt auf den orangen Button Landet dann auf einer separaten Seite Habt ihr eine Übersicht Könnt Kreuzer, Zerstörer und so weiter auswählen Seht dann hier wie viele Punkte verfügbar sind Und dann könnt ihr hier verschiedene Sachen anklicken Ich mache es jetzt einfach mal willkürlich Und dann seht ihr hier unten auch nochmal genau Wie die Bonis so sind Und wie viele Punkte euch dafür abgezogen werden Vom Kapitän Danach könnt ihr einen Link kreieren Und den dann mit euren Freunden zum Beispiel auch teilen Wenn ihr denn möchtet So und weiter geht's Wenn ihr da noch weiter einsteigen wollt In die ganze Geschichte Dann gibt's natürlich auch Gerade den CV-Rework betreffend How it works Und da ist ein kurzes interessantes Video Von World of Warships selbst gemacht Wie die Träger aktuell arbeiten Und wie das Gameplay so ist Da erfahrt ihr alles über Stärken und Schwächen des Schiffes Und ja wie man als angehender Trägerpilot Sich im ersten Fall erstmal richtig verhält Und es gibt auch noch ganz andere Videos Über how it works Nämlich zum Beispiel Wie steht Flutung Wie funktioniert die Ballistik Wie funktionieren die Torpedos in World of Warships Und so weiter und so weiter Ist so eine richtig lange Geschichte Darüber hinaus Hat World of Warships natürlich auch Das World of Warships Wiki Hier ist so ein Auszug Da kann man sich die empfohlenen Skills Für beschimpfte Schiffe mal angucken Und hier gibt's das natürlich auch auf Deutsch Muss man aber ganz klar sagen Das deutsche World of Warships Wiki Braucht dringend Unterstützung von euch Die, die dem Englischen mächtig sind Und ihre Zeit ein Stück weit investieren wollen Für die gesamte Community Von World of Warships Und die englischen Artikel Ins Deutsche übersetzen möchten Möchten und das ehrenamtlich Und gerne für die Community tun Diese Menschen sind gerade gefragt Denn es gibt immer eine Menge Veränderungen In World of Warships Und unser aktuelles Team Hat alle Hände voll zu tun Hier die Artikel zu übersetzen Ihr seht selber Durch die Änderung im CV-Revork Ist es möglich Dass einige Seiten vorübergehend Veraltete Informationen enthalten Hier unten gibt's dann die Möglichkeit Wenn ihr auf das Wiki rauf geht Ihr wollt mithelfen Raufklicken und so weiter Und ab geht die Luzi Das englische Wiki wird natürlich immer ausführlich gepflegt Ist ganz klar Englisch ist eine Weltsprache Viele Menschen sprechen Englisch Wenn auch nicht jeder Aber das ist eben die Basis Auf der internationalen Zusammenarbeit In diesem Spiel Und bei vielen anderen Sachen eben auch Ja, also wer das möchte Ich werde den Link auf jeden Fall unten Mit in die Beschreibung reinsetzen Der kann hier Dem World of Warships Wiki Nochmal helfen Und dann gibt's natürlich noch Eine dritte Möglichkeit Die ich jetzt hier mal erwähnen möchte Gibt sicherlich noch ganz viel andere Aber es gibt auch diese Und zwar von unserem deutsch sprechenden Community-Kontributor Kurz Auf dem Blog Wir Sinken Hat er hier einen Artikel veröffentlicht Mit den Fähigkeitsvorschlägen Für Trägerkapitäne Auch da könnt ihr euch nochmal Informationen holen Wie ihr skillen könntet Solltet Und hier werden auch die Premium-Träger Nochmal so ein bisschen beleuchtet Und er begründet hier auch seine Vorschläge Also sehr interessant auf jeden Fall Sollte man sich da durchlesen Wenn man jetzt mit den Trägern anfängt Oder auch schon ein eingesessener Hase ist Und sich da das erste Mal Jetzt mit dem neuen Gameplay Gedanken drum macht Nächster Punkt In unserer jetzigen Flaschenpost Ist Kampfaufträge im Februar Und da scrollen wir auch wieder nochmal An den Anfang Warum bin ich hier überall unten Wahrscheinlich wollte ich es nochmal auf Probe gelesen habe Oder so Bereit machen zum Abheben Habe ich euch eben schon erklärt Das geht nochmal um die Kapitäne Vom 30. Januar Bis zum 8. Februar Ist hier Rabatte Auf die Umschulung Und so weiter Und so weiter Dann gibt es noch einen Rabatt Von dem wir euch am Freitag Noch nicht erzählen konnten Weil wir es einfach nicht wussten Gewertete Gefechte Die 11. Saison Es gibt Rabatte Auf alle T9 Schiffe Die erforschbar sind Nämlich ganze 15% Und jetzt vom 30. Januar Bis zum 27. Februar Also ein ganzer Monat Könnt ihr T9 Schiffe 15% günstiger kaufen Und vergesst nicht Wenn euer Clan Die Schiffswerft gebaut hat Ist das glaube ich Dann kriegt ihr da Auch nochmal Clan Rabatt Auf die Schiffe Und diese 15% Sind additional Also zusätzlich So dass ihr Eine ganze Menge an Silber sparen könnt Wenn ihr jetzt vom T8 Auf T9 Schiff aufrüstert Vielleicht mit ein bisschen Free XP Wenn man noch nicht ganz so weit ist Oder man grindet einfach Bis Ende Februar Und hofft Dass man dann Eben noch ein T9 Schiff Zusammen bekommt Und ein bisschen Geld Dabei sparen kann Und wenn man dann Das T9 Schiff hat Kann man sich Ein bisschen günstiger Nämlich 50% günstiger Eine permanente Tarnung kaufen Also die gibt es Für Dublon Normalerweise kosten die 3000 Jetzt sind sie reduziert Um 50% Nämlich auf 1500 Dublon Und Ja Das ist vielleicht Eine Möglichkeit Wenn man dann für World of Warships Überhaupt Geld ausgeben Möchte Ist ja jedem freigestellt Hier nur der Liebgemeinte Hinweis der Vollständigkeit Halber Dann geht es weiter Rabatte Im Spiel Oder Bonis Im Spiel Besser gesagt Es gibt 200% Ja EP Für den ersten Sieg Des Tages Ja Vom 1. Februar Bis zum 8. Februar Also quasi noch 5 Tage Wenn ich mich jetzt nicht Ganz verrechne Oder 4 Tage Und der Rest von heute Könnte man sagen Wo ihr jeden Tag Mit jedem Schiff Den ersten Sieg Kriegt ihr 200% Mehr XP Was doch ganz Anständig ist Denk ich mal Das hat Die meisten Tarnungen Haben weniger Wollen wir es mal so ausdrücken Dann Hatten wir das schon Hatten wir es schon Am Freitag erwähnt Gewinnt ein Gefecht Und kriegt 3 Tage Prämie Spielzeit T5 bis T10 Schiffe Unternehmen Zufall Koop Gewertet Und Clan Gefechte Sind da möglich Und es kann nur Einmal abgeschlossen werden Und dann kommen wir Zu dem Kapitän Darong Ein Kapitän Mit speziellen Fähigkeiten Nämlich Der hat den Sprengmeister gepimpt Und Expert der Bewegungsfähigkeit Ist er auch besser Und zwar macht er hier 400 Trefferpunkte Mehr pro Tierstufe Und 20 Trefferpunkte Mehr pro Flugzeug Und beim Sprengmeister Ist es eben so Dass die HE Granaten Oder die HE Raketen Ja alle ein bisschen Besser werden Was müsst ihr dafür tun Ihr müsst T5 bis T10 Schiffe fahren Und das immer In Unternehmenszufall Koop Oder gewerteten Gefechten Und dann gibt es hier Die Voraussetzungen 50.000 Kapitäns EP Und 500 Treffer Mit der Hauptbatterie Der zweite Teil Sind dann 50.000 EP Und 500 Bänder Hier die EP Sind die EP Die notwendig sind Also die ihr bekommt Mit den Bonis Der Tarnung Der Signale Oder ähnlichen Auch mit der Tages Mit den TageseP Ja Mit diesem Bonus Von den 200% Die zählen da schon mit rein Bei dem dritten Teil Wird es dann Ein bisschen anstrengender Denn da müsst ihr 25.000 Base XP sammeln Das ist das Vor Anwendung Der Modifikatoren Das ist also Wichtig Dass ihr da Euch möglichst gut Im Gefecht beweist Und da möglichst viele Basis EP Punkte sammelt Außerdem braucht ihr noch 250 Sekundärtreffer Und dann gibt es natürlich Auch wieder Tarnung Noch dazu Und so weiter Unten auf Näher Ja des Schweins Und so weiter Hier oben gibt es auch Überall noch Tarnung Mit dabei Das ist also eine ganz nette Beigabe Aber ich denke mal Ihr wollt bestimmt Zu dem 10er Kapitän Der kommt nämlich Mit 10 Skillpunkten Nächster Punkt Bei der ganzen Geschichte Hier ist Fly, Strike und Win Diese Direktiven Angebot Was World of Warships Uns hier bietet Und zwar gibt es hier In jedem Patch Wieder für jede Woche Eine Also eine Stage Eine Phase Könnte man sagen Jede Phase besteht aus 4 Direktiven Und jede Direktive Aus 6 bis 8 Missionen Und ja Die erste Direktive Ist Erfolgszeit Könnte man sagen Weil wer jetzt Die Harkurio fährt Der kann hier Die Welt rocken Sozusagen Bis der Hotfix Dann da ist Ist die Erfolgszeit Ja bis zum 6. Februar Geht das Und da kann man hier dann Alles mögliche An Bonis mitnehmen Credit Punkte Kohle Elite Kapitänsep 7 Mond Neujahrscontainer Und so weiter Ab Mittwoch Dem 6. Februar Nämlich ab 7 Uhr morgens Fängt dann das Orient Festival an Und da gibt es dann Auch wieder Elite Kapitänsep Kohle Mond Neujahrscontainer Und so weiter Und so fort Dann gibt es die Phase Fliegerei ist wieder am Start Vom 13 bis 20. Februar Das ist dann die dritte Phase Und dann gibt es nachher Noch eine vierte Wir werden später Auf diese ganze Geschichte In einem der nächsten Flaschenposts Wenn es dann aktiv wird Also wenn es aktuell wird Noch mal darauf eingehen Was ihr dann da gewinnen könnt Und dass sie natürlich Euch erinnern Dass die Phase Jetzt dann anfängt Außerdem gibt es darüber hinaus Natürlich wieder die täglichen Aufträge Mit diesem Login Bonus Sozusagen Man loggt sich ein Man fährt ein Gefecht Man macht Gewisse EP Anzahl Und Ja Die ersten beiden Etappen Sind ja ohne Sieg sogar erreichbar Und Ab der dritten Etappe Müsst ihr dann auch immer gewinnen Mit denen Und die EP Zusammensammeln Und dann bekommt ihr eben hier Signalflaggen Oder XP Und so weiter Hier gibt es nochmal eine schöne Grafik dazu Heute ist der vierte Und heute würdet ihr Wenn ihr euch einloggt Und das erste Gefecht fahrt Und 250 XP Müsst ihr da glaube ich sammeln Schon mal ein bisschen EP Bonus bekommen Und dann gibt es die nächste Etappe Und so weiter Ihr wisst ja wie die täglichen Missionen Jetzt sind Aufgebaut sind Und das ist ja jetzt schon seit Ich glaube Oktober Oder November So Dass wir sie immer wieder Dass sie sich immer so wiederholen So Und das war es eigentlich schon Was wir zu den Kampfaufträgen Im Februar aktuell sagen können Wenn da Neuigkeiten kommen Werdet ihr sie hier natürlich Bei der Flaschenpost erfahren Der nächste Punkt ist Das Community Contributor Programm Darauf möchten wir euch nochmal hinweisen Beziehungsweise Wir haben euch ja noch nie Darauf hingewiesen Also Sagen wir es euch jetzt das erste Mal Wenn ihr da draußen Content Creator seid Also Ein Kanal auf YouTube Twitch Oder anderen Plattformen Betreibt Und Ja World of Warships Inhalte Erstellt Dann Habt ihr hier vielleicht eine Chance Community Contributor zu werden Also ihr könnt euch zumindest bewerben Die Bewerbungsphase ist wieder offen Und Ja Hier wird so ein bisschen was erzählt Was ihr mitbringen solltet Was ihr angeben solltet Und Ja Was Besonders geachtet wird Von World of Warships Oder von Wargaming Und Ihr habt hier eben Die Möglichkeit Und das Betrifft auch nicht nur Diejenigen die Content Creator sind Sondern auch euch Als Zuschauer Auch jetzt Zuschauer Hier dieser Flaschenpost Wenn ihr das toll findet Was euer Lieblingsstreamer Euer Content Creator So macht Dann nutzt eure Stimme Denn Wir leben ja Wie gesagt In einer Demokratie Und ihr könnt Eure Stimme auch nutzen Und die bedeutet Gerade auch in diesem Bereich Gerade auch für kleine YouTuber Eine ganze Menge Weil Eure Stimme dafür verantwortlich ist Dass auf Vielleicht noch kleine Kanäle Hingewiesen werden kann Und diese dann Beachtet werden Ja Nutzt eure Stimme Geht ins Forum Schreibt zum Beispiel Seehalis Oder anderen Wichtigen Wargaming Angestellten Nachricht Und sagt ihnen zum Beispiel Ey Ich finde den Einhalt von XY Besonders toll Ich gucke mir die immer toll an Die sind informativ Oder was auch immer Sagt einfach Das was ihr denkt Und Damit Könnt ihr demjenigen Dann zum Beispiel Helfen Ja Das ist Das was ich dazu sagen möchte Ich möchte Zum Schluss Vielleicht sogar noch Einen Satz loswerden Wir sind natürlich auch Content Creator Und in erster Linie Ist die Flaschenpost ein Neutrales Medium Was euch informieren soll Vollumfänglich informieren soll Aber ich möchte trotz alledem Hier einen Satz loswerden Wir haben uns auch für dieses Programm Wieder beworben Das ist unser zweiter Versuch Weil ich euch gerne Noch mehr Intensive Exklusive Inhalte Bieten möchte Unsere Livestreams Auch auf YouTube Weiter Interessanter Gestalten möchte Und Ja Mir einfach Am Herzen liegt Zwischen World of Warships Und euch Ein bisschen sozusagen Als Botschafter Zu arbeiten Das tue ich jetzt schon Auch wenn ich es jetzt nicht Offiziell Darf Sozusagen Und Ja Es liegt mir sehr sehr viel daran Ich freue mich Würde mich unheimlich Darüber freuen Da so eine Möglichkeit Zu bekommen Und bin gespannt Was aus der Bewerbung rauskommt Wir werden euch Auf jeden Fall Auf dem Laufenden halten So Und jetzt Kommen wir zum Ende Dieser Flaschenpost Und Ich bedanke mich Bei euch Für eure Zeit Dass ihr so zahlreich Dabei wart Ich freue mich Über eure Konstruktive Kritik Über eure Daumen Ja Nach oben am besten Wenn ihr einen Daumen Nach unten setzen wollt Könnt ihr natürlich Gerne tun Aber Seid so mutig Und schreibt Konstruktive Kritik Bitte unter dieses Video Ich möchte wissen Was euch stört Was euch fehlt Vielleicht Was man das nächste Mal Besser machen kann Wenn ihr uns noch nicht Abonniert habt Freut mich über ein Abo Weiterempfehlungen Sind natürlich auch immer Sehr gerne gesehen Und Kommentare Und Feedback Ja Ist äußerst erwünscht In dem Sinne Ich wünsche euch Einen schönen Abend Und bis zum nächsten Video Hier auf dem Seacross Kanal Dem Infotainment Portal Rund um World of Warships Haut rein Macht's gut Ciao Ciao Seacross Seacross Einen schönen Abend Einen schönen Abend Einen schönen BRAchi Qu Wiedersehen ans A